Einen wunderschönen guten Tag meine Damen und Herren und herzlich Willkommen wieder mal auf Mitmann Live. Schaut mal, zeigt euer wunderschönes Top-Don-Diagnosegerät, gehäuft etwas in der englischen Sprache an, egal ob jetzt ein Lite 2, eine Lite, ein Smart oder ein Max. Ich zeige euch gleich mal die Abhilfe, weil es könnte sein, dass die Updates falsch durchgeführt worden sind oder schon welche Updates da waren. Aber das waren die Updates eher für die englische Sprache. So kann man das Ganze beheben, damit es auch in der deutschen Sprache angezeigt wird. Als erstes bitte ich euch euer Diagnosegerät, euer Top-Don-Gerät zu starten. Sobald er hochgefahren ist, gehen wir mit euch auf diesen oberen rechten Einstellungssymbol, klicken da einfach mal drauf und dann sehen wir hier einmal Diagnose Software löschen. Tut mir jetzt den gefallen, bei Top-Don Phoenix Max steht da auch drauf welche installiert ist. Da klickt ihr einfach noch mal drauf Software löschen. Dann geht ihr auf alle auswählen, da unten draufklicken und löschen. Oh mein Gott, wir haben ja die ganzen Fahrzeuge jetzt gelöscht. Nein, keine Sorge. Wenn das Ganze jetzt gelöscht wird, wir gucken mal die Seriennummer, ob die übereinstimmt. 305. Jawohl. 305. So, alle auswählen, löschen. Jetzt haben wir tatsächlich gar keine mehr da. Dann gehen wir mit euch auf zurück. Zurück. Und klicken dann auf die Updates drauf. Jetzt könnt ihr erkennen, dass ihr tausend und ein Update habt. Also gefühlt tausend und ein Update. Und dann müsst ihr hier auf ein Klick Update unten draufklicken. Seht ihr, ihr habt über 150 Updates, manche haben dann über 200 Updates. Und so könnt ihr auch gewährleisten, dass das Ganze in der deutschen Sprache ist. Weil, wie gesagt, bei der Registrierung sind einige Dinge schon vorinstalliert, auch wenn ihr die deutsche Sprache einstellt. Aber da würde ich euch bitten, einfach mal, wenn ihr wirklich das Gerät habt, also wenn wir das Gerät für euch einrichten sollen oder einrichten, dann machen wir das Ganze. Ansonsten bitte, wenn ihr das Gerät bekommt, einfach tatsächlich die komplette Diagnose Software löschen von jedem Fahrzeug und einfach neu installieren. Dann müsst ihr auch nicht jedes Mal auf Übersetzungsbutton draufklicken. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Falls weitere Fragen bestehen sollten, einfach nochmal melden. Ansonsten, wer auf www.ml24.shop einkauft, der ist dann auf der sicheren Seite, dass er Garantie dafür bekommt, für das Diagnosegerät und natürlich auch den Support. In dem Sinne, alles Gute, euer Mitmann Life. Ciao.